Guten Tag, besten Dank für die Einführung. Wir freuen uns sehr, heute hier zu sein und Ihnen einen Einblick zu geben in unsere aktuelle Arbeit. Wir haben für den heutigen Vortrag den Schwerpunkt oder einen Ausschnitt aus unserer Forschungs- und Entwicklungsarbeit gewählt. Es geht dabei um die experimentelle Entwicklung neuer Materialsysteme mit dem Fokus funktionelle Oberflächen und was das ist und wie wir arbeiten und erklärt sich dann in der nächsten halben Stunde. Und wenn ich sage wir, dann ist einmal Thorsten Kloster und ich, wir leiten ein interdisziplinäres Team. Thorsten ist Architekt, ich bin hier bildende Künstlerin und weiter haben wir noch die Expertisen aus dem Bereich Interaktionsdesign, Produktdesign, aber auch Materialtechnologie und Experimentalphysik. Und wir möchten heute, der Vortrag heißt Blinkred, das ist ein neues Material, ein lichtreflektierender Beton, den wir entwickelt haben. Und wir möchten Ihnen anhand dieses Werkbeispiels den Weg zeigen, den wir gegangen sind zu dieser Entwicklung. Und aber andererseits auch einen Einblick geben in die gedanklich-konzeptuelle Umgebung, in der wir agieren. Und wir starten mit dem ersten Bild. Ja genau, ich werde das mal übernehmen, also kurz zu unserer Arbeitsweise sozusagen, versuchen das zu hinterleuchten oder darzustellen, wie wir das machen. Die wichtigen Stichworte sind schon gefallen, nämlich Stichwort Interdisziplinarität, Oberfläche und Licht in Bezug auf jetzt Blinkred, dem lichtreflektierenden Beton. Diese Grafik, die kennen Sie vielleicht noch aus dem Schulunterricht, das ist das Muster, was sich ergibt beim sogenannten Doppelspalt-Experiment auf einer Maske. Wenn man quasi eine Versuchseinordnung hat von einem Schirm, in dem man zwei schmale Streifen sozusagen hineinschneidet, dann Licht sozusagen drauf richtet, dann entsteht auf dem Schirm in einem bestimmten Abstand hinter dieser Maske eben dieses Muster über unerwarteter Weise. Heute ist es uns das vertraut, aber es ist in der Physik, in der experimentellen Physik eines vielleicht der zentralen Experimente, das am Beginn steht von dem, was unser heutiges Verständnis von Material und Materie eigentlich ausmacht. Das beißt zum einen darauf hin, auf die Materialität von Licht, also was Sie hier sehen, ist eine Abfolge, wie dieses Muster auf diesem Schirm entsteht. Und was man da sieht, sind im Grunde Photonen, es könnten aber auch Elektronen sein, also es sind diese nanodimensionsgroßen Teile, aus denen sich letzten Endes im Grunde Licht konstituiert. Und die Frage, ob Licht eine Welle oder Teilchen ist, war eine der zentralen Fragen in der Physik, ein großer Streitpunkt. Diese beiden Skizzen illustrieren das ein Stück weit. Es ist auch im Grunde die Handlungsebene oder das, was uns im Alltag auch vertraut ist, also was wir über Licht sozusagen wissen. Zum einen oben die Darstellung oder die Logik von einer Strahlungsoptik, also Stichwort Licht und Schatten, also das ist sozusagen das, was wir im Alltag erfahren, also die Sonne scheint, wir werfen einen Schatten und das funktioniert eben aufgrund dieser Strahlungsoptik, also Licht wird sozusagen vereinfacht dargestellt als Strahlensystem. Und das untere, das ist nochmal eine Darstellung dieses Doppelspaltexperiments, also Sie sehen eben links von dem Strich prallen quasi parallele Wellen auf diesen Doppelspalt auf und werden an diesem Spalt gebeugt. Das hängt einfach ab von der Dimension dieser ganzen Anordnung und dann passiert das halt. Das ist keineswegs selbstverständlich. Schon Newton hat sich gefragt, warum wir eigentlich, wenn wir uns an der Hausecke nähern zum Beispiel, eine Person hören können, warum können wir sie nicht sehen? Also es müsste ja eigentlich so sein, wenn Schall sozusagen um die Ecke geht, warum macht es eben nicht die Lichtwelle, wenn beides doch irgendwie wellenförmig ist. Und es hängt eben unter anderem mit der Dimension der Welle zusammen, also Schallwellen sind tendenziell langwelliger als Lichtwellen. Und wenn Sie das Objekt sozusagen entsprechend verkleinern, beziehungsweise dann entsteht eben den Wellencharakter von Licht wahr. Und wenn Sie, sagen wir mal, ein Gebäude ausreichend groß machen oder so, dann hören Sie die Person auch nicht mehr. Also das heißt, ein großes Haus blockt eben Schall dann doch ab. Das Ganze ist für uns eben interessant. Wir benutzen solche, sagen wir mal, Gedankenexperimente und tatsächliche Experimente aus der Physik sozusagen als Sprachvehikel zwischen den verschiedenen Expertisen, die wir in unserem Projekt haben. Also Heike hat schon erwähnt, dass wir unter anderem auch Experimentalphysiker in unserem Projekt haben, in der Gruppe Blinktree ganz wichtig. Und im Grunde sind wir sozusagen als Architekten und Künstler davon fasziniert, von dem Akzeptionsgrad und von der Art und Weise, wie hier gedacht wird. Und es ist eben gleichzeitig auch so eine Art Ebene, auf der wir der Physik sozusagen begegnen können, wo wir uns austauschen können, wo wir eben über diese Denkfiguren im Grunde zu unseren Materialforschungsprozessen ein Stück weit katalysieren. Nochmal ganz kurz zu Ende gebracht das Ganze. Es ist eben total interessant, also dieser Widerspruch zwischen, oder diese Diskussion, ob es Welle oder Teilchen ist, mündet eben schließlich zu der Erkenntnis, dass Materie im Wesentlichen, ich hoffe, es klappt jetzt, wenn ich hier... draufdrücke. Es müsste jetzt eigentlich ein Video ablaufen. Ja, also das ist eben eine... Also der Künstler Kenneth Nelson, den Sie vielleicht von seinen Tensegrity-Strukturen her kennen, hat sich stark mit diesem Thema auch beschäftigt. Und das ist eine interessante Variante von diesem Video, habe ich noch nicht gesehen, aber das ist ein Problem mit der Technik gerade. Hier sollte im Grunde zu sehen sein, wie ein Elektron quasi Licht empfängt und dadurch in den Schalensystemen eines Atoms hin und her springt. Und das führt uns zu der Erkenntnis, dass alle Materie im Grunde im Innersten aus nichts besteht. Führt uns aber auch zu der Erkenntnis, dass Materialforschung auch ein Prozess ist, der sich im molekularen Bereich abspielt. Also Materialforschung wird nicht nur, aber zu den wesentlichen Teilen eben auch, sagen wir mal, in dieser Nano- und Mikroebene vollzogen. Einerseits und andererseits ist es eben so, dass es sozusagen die These gibt, die auch oft verifiziert worden ist inzwischen, dass wir uns wegbewegen von einer Materialkenntnis, die sozusagen uns dazu zwingt, die Eigenschaften eines Materials zu berücksichtigen, hin zu einem Umbau mit Material, das es uns erlaubt, quasi vorherzubestimmen, was das Material können soll. Also das ist so eine Art Shift sozusagen. Und Stichwort Oberflächen wurde auch schon genannt. Wir konzentrieren uns eben auf die Oberfläche der Dinge sozusagen. Also dieses Skizzen soll ich das ein bisschen veranschaulichen. Links sehen Sie eben dieses kubische Objekt, das könnte ein Tisch sein, das könnte aber auch ein Haus sein. Dann in der Mitte der Kreis beleuchtet das Problem der Konstruktion, dass eben Architekten vertraut ist. Jeden Tag haben wir heute auch schon viel darüber gehört. Und unsere Forschungsarbeit konzentriert sich eben auf diese ganz rechte Blase, also auf die Frage, was spielt sich an der Oberfläche ab. Und auch das haben wir heute schon ein paar Mal gehört, aber vielleicht nochmal mit einer anderen Wortwahl von unserer Seite. Also wir sprechen eben davon, zum Beispiel von Energieerzeugenden Oberflächen und nicht von Solar. Sie sehen hier den schematischen Aufbau einer Solarzelle und da begegnen uns eben auch die Neutronen, Elektronen und ganzen Atome, die wir gerade schon kennengelernt haben, wieder, also die Kenntnis über diese Prozesse ist halt wichtig. Wir würden sagen auch eben für Architekten und Planer. Und es macht immer einen Unterschied aus, wenn ich sage energieerzeugende Oberfläche oder Solarpanel, dann gelange ich sozusagen eine andere Logik und ich kann unter dem Begriff der energieerzeugenden Oberflächen eben verschiedene Systeme subsummieren. Anderes Beispiel, lichterzeugende Oberfläche, hier der schematische Aufbau einer sogenannten organischen Leuchtdiode, also OLED genannt. Das kennen Sie vielleicht schon, Sie können sicher sein, dass Ihr nächstes oder übernächstes Handy mit so einem sogenannten OLED-Display ausgestattet ist. Das ist im Prinzip ein leuchtender Kunststoff, den man aber auch sozusagen als Lichtgestaltungs-Element einsetzen kann. Also der Traum von der Plastikfolie, die im Prinzip Licht emittiert. Ich finde es auch noch interessant, das haben wir heute auch schon gesehen bei Ulrich Knack heute Morgen, diese kleine Skizze tauchte da auch von Mike Davis, die polyvalente Wand, Wand für alle Jahreszeiten. Und die ähnelt auch stark, finde ich, also dem schematischen Aufbau dieser organischen Leuchtdiode. Auch in der Dimension übrigens. Und jetzt, bevor Heike gleich über Blinktreet erzählen will, nochmal, ich möchte Ihnen kurz zeigen, was es in unserer Forschungsarbeit in Kassel an der Universität bedeutet. Wir experimentieren eben viel herum, sag ich jetzt mal, also die Expertisen, die gerade genannt wurden. Also der Schwerpunkt ist dann eben doch in der Architektur und in der bildenden Kunst. Und das ist ein typisches, sagen wir mal, Beispiel, das Sie vielleicht auch schon mal gesehen haben. Hier geht es eben darum, dass man eigentlich einer photo-, also thermoaktiven Farbe eine Oberfläche im Grunde einfach nur geschichtet, also gesiebdruckt hat und man eben beobachten kann, also wenn man einen heißen Becher draufstellt, erscheint dieser rote Ring und der verschwindet allmählich, wenn die Farbe sozusagen wieder abkühlt. Das Ganze ein bisschen sozusagen technisch versierter, das ist die Entwicklung eines dreilagigen Stoffes, der auf Druck reagiert, also da können Sie eben sehen, sozusagen im Szenario hier am Frühstückstisch haben Sie verschiedene Dinge auf dem Tisch stehen, also da haben Sie sozusagen eine Art Tischdecke und Sie können eben die Spuren verfolgen, die der Prozess des Frühstückens auf dem Tisch hinterlässt. Das sind für uns im Grunde so eine Art Fingerübungen, aber auch Vorstudien, die wir sehr instruktiv finden, die uns eben sozusagen Spielraum eröffnen, selber Materialforschung zu betreiben. Anderes Beispiel, Stichwort Photovoltaik. Also ein wichtiger Punkt für uns ist eben, dass wir einen Zugriff haben auf diese Dinge, also dass wir selber in der Lage sind, mit einem relativ minimalen Laboraufwand Materialforschung zu machen, so sollte man das vielleicht besser formulieren. Und viele dieser Dinge, wenn ich jetzt zum Beispiel das Stichwort Solar sage, dann denken vielleicht die meisten von Ihnen an die tatsächlich installierten Anlagen auf irgendwelchen Dächern, man kann aber auch an die Hochreinraumfabriken, die können auch in den Sinn kommen, wo eben diese Solarpanels hergestellt werden. Wir wollten einfach mal gucken, ob wir nicht selber ein Solarpanel herstellen können und das illustrieren diese Bilder. Wir haben jetzt hier eben Glasbruch uns besorgt, das ist LOI-beschichtetes Sonnenschutzverglasen aus dem Abbruchhaus. Und diese Gläser sind auf der einen Seite beschichtet, das heißt, sie sind elektrisch leitend, das kann man halt testen über einen einfachen Spannungsprüfertest, welche Seite tatsächlich Strom leitet. Und dieses Sonnenschutzglas ist eben unsere, im Grunde unsere Leitschicht bei unserer Farbstoff-Solarzelle. Das Rezept für eine Farbstoff-Solarzelle können Sie sich im Prinzip aus dem Internet herunterladen, Stichwort eben auch Grätzlzelle, nach dem Erfinder Michael Grätzl, der in der ETH Lausanne lehrt. Und die Halbzeuge, also die Stoffe für diese Solarzelle kann man inzwischen auch im Internet bestellen. Man kann aber auch in die Apotheke gehen und sich einen Katalysator besorgen, den man dafür braucht, und in den Supermarkt gehen und sich Zahnpasta oder Fruchtsaft besorgen. Und dann haben Sie im Grunde schon die wesentlichen Komponenten für eine Solarzelle zusammen. Das haben wir tatsächlich ausprobiert. Und es zeigt hier so ein bisschen den Produktionsprozess. Das Rote ist der Fruchtsaft, der auf das Weiße, also auf die Farbe, die Titaldioxid enthält, aufgetragen wird. Und so kann man halt relativ unaufwendig und schnell seine eigene Solarzelle herstellen, die vielleicht einen Tag oder so, wenn man sehen, sie gut und sorgfältig gemacht ist, hält und dann ist sie kaputt. Aber das hat uns eben Ausschluss gegeben über die Art und Weise, wie eine Solarzelle funktioniert. Der Kosteneinsatz ist nicht bei 5 Euro oder so, wenn man das mal hochrechnet. Und für uns ist es eben ein wichtiger Schritt, weil wir eben zunehmend in unserer Forschung auf dieser Ebene von Low-Tech sozusagen handlungsfähig werden möchten in Bezug auf andere Projekte. Da müsste jetzt wieder ein Video kommen. Anderes Projekt von unserem Mitarbeiter Clemens Winkler, das sogenannte Water Radio. Szenario ist, Sie schütten ein Glas Wasser auf einem Holzbrett aus und stellen fest, das Brett fängt an zu singen, da ist nämlich ein kleines Radio eingebaut. Und in der Oberfläche des Holzes sind Sensoren eingebaut, die es Ihnen erlauben, diesen Holztisch mit dem Wasser in Verbindung wie ein Touchpad zu benutzen. Also das ist im Grunde der Sendersuchlauf des Radios. Sie sehen vielleicht den kleinen Punkt, das ist der Sensor, der Metallsensor, den wir da eingearbeitet haben. Für uns ist es ein interessantes Projekt, weil wir damit... Auch ein bisschen der Skepsis gegenüber Materialforschung begegnen wollten. Also eigentlich zeigen wollten, dass in diesem Fall über Sensor-Aktor-Systeme im Grunde jedes Material zu einem intelligenten Material gemacht werden kann. Also mit der Einschränkung, dass Holz per se natürlich schon ein intelligenter Werkstoff ist, aber sozusagen das ist noch steigerbar und es können ihm andere Funktionen verliehen werden. Und dann wiederum auf der Ebene von Low-Tech. Noch ein Beispiel ist auf unserem Mitarbeiter und Kollegen Clemens Winkler ein Bleistift, den wir entwickelt haben. Wir sehen hier so ein elektronisches Device, das wir an einem Bleistift befestigt haben, also einen Lautsprecher und eine Batterie darauf, auf einem kleinen Motherboard sozusagen. Und hier wird skizziert die Funktionslogik von diesem Bleistift. Das erschließt sich aber über das nächste Video, das jetzt laufen müsste. Sie sehen den Bleistift mit der Ausrüstung und das, was passiert, sehen Sie jetzt. Also wiederum ein spielerisches Experiment, das aber auf größere Zusammenhänge verweist. Das haben wir auch in Kindergärten ausprobiert, also es ist relativ ungefährlich. Schwache Ströme werden da genutzt. Das haben wir auch in einer Ausstellung, die wir gemeinsam mit dem Max-Plagg-Institut für Wissenschaftsgeschichte vor zwei Jahren in der Berliner Architekturgalerie EDIS gemacht haben, ausgestellt. Da war das sozusagen ein Project in Time. Also Sie sehen hier diesen Stift auf einem mit Papier bespannten Tisch. Und im Laufe von, ich glaube, sechs Wochen haben die Besucher der Ausstellung sozusagen Gelegenheit gehabt, diesen Stift zu benutzen. Und der hat sich dann mit der Zeit eben so auf diese Art und Weise vervollständigt. Und wir fanden das eben interessant in Bezug auf Kommunikationsdesign und Partizipation sozusagen, wenn Sie so wollen. Und andererseits haben wir uns eben gefragt, was ist das eigentlich, was man da sieht? Also ist es jetzt ein Bild? Haben die Leute sozusagen Bilder gemalt? Oder haben sie Partituren gemalt? Haben sie Musikinstrumente entworfen auf diesem Tisch? Also was ist dieser Tisch eigentlich? Also die Frage lasse ich auch erst mal so als Frage im Raum stehen. Das ist etwas, was wir sehr interessant finden. Und vielleicht darf ich mir dann so die Bemerkung erlauben, dass es eben für uns auch verweist auf diesen ganzen Bereich, den Sie vielleicht auch kennen, der gedruckten Elektronik. Also etwas, was auch intensiv wieder auf dem Hightech-Maßstab erforscht wird. Und als ich es kürzlich vorgestellt habe, meinte dann der Kommentator hinterher, dass man sich vorstellen könnte, dass eben in fünf oder sechs Jahren nicht mehr der Elektriker kommt und die Leitung im Haus verlegt, sondern kommt eben der Maler und macht das. Also das sind so technische Entwicklungen, die da so ein bisschen gespiegelt werden in diesen Experimenten. Jetzt kommen wir sozusagen zum Haupteck, zu unserer Materialentwicklung Blinkreed. Das ist sozusagen das Bild zur Überleitung. Das ist ein Fundstück. Das haben wir, es handelt sich um ein Experiment von der Universität, das in Lyon gemacht wurde. Das sind zwei identische Glaskugeln, die ins Wasser geworfen werden. Wenn Sie diese in der Hand hätten, würden Sie keinen Unterschied erkennen. Aber in dem Moment, wo Sie die ins Wasser werfen, verhält sich die eine eben wie so ein eleganter Turmspringer, weil sie hydrophil beschichtet ist und die andere ist hydrophobbeschichtet und macht eben so einen großen Splash. Und das verweist nochmal auf das Thema der Oberfläche und gleichzeitig auf die Glaskugeln, die für unser Material Blinkreed wesentlich sind. Ja, jetzt schließe ich an und steige etwas tiefer in die Entwicklung von Blinkreed ein. Und das zeigt vielleicht auch jetzt gleich mit dem ersten Bild anschließend, also wie auch aus künstlerischen, experimentellen, ja, wie dann aus solchen künstlerischen Experimenten auch reale Produkte entstehen können. Und hier ist ein Testfeld, also eine Maschine, die bringt Straßenmarkierungsbelag auf in unterschiedlicher Güte und Dichte. Und hier habe ich vor zehn Jahren begonnen, mit retroreflektierenden, lichtreflektierenden Materialien zu experimentieren, erstmal im künstlerischen Kontext. Und dazu sind unterschiedliche Ausstellungen entstanden und hier exemplarisch ein Beispiel. Das ist eine Ausstellung in einem Parkhaus in Berlin, Parkhaus Bärenstraße, Stadt im Regal. Wir haben die parzellierte, offene Struktur des Parkhauses als gestapelte Stadt verstanden und das war dann der Handlungsraum für unterschiedliche, also für eine Gruppe von Künstlern, hier arbeiten zu realisieren. Mein Beitrag war ein 60 Meter langer Steg mit reflektierender Oberfläche. Es war ein Split-Level-Parkhaus und der Steg bewegte sich von der oberen Etage als Belag auf den Beton in die darunterliegende und endete vor, hier nochmal das Split-Level, der Steg, die Ausstellung war dann als Drive-in befahrbar und endete vor der Fassade im freien Fall. Und dieses Bild möchte ich eigentlich gerne stehen lassen als Referenz und aber auch als Initialzündung für einen Forschungsprozess oder möchte dann jetzt gleich zum nächsten Bild springen und sagen, wo aus der künstlerischen Fragestellung dann eine konkrete Fragestellung für eine Materialentwicklung geworden ist. Und hier sehen Sie ein Bild vom Entwurf des U-Bahnhofs Jakobistraße, Pempelforterstraße in Düsseldorf. Ich habe mit Netzwerkarchitekten 2002 den Wettbewerb für den Neubau von sechs U-Bahnhöfen gewonnen und das Konzept sieht vor, ein unterirdisches Kontinuum zu schaffen, das die sechs U-Bahnhöfe verbindet, in denen aber dann jede Station nochmal ein Eigenleben führt. Und ich gehe jetzt nicht so detailliert, also ich gehe nicht auf das Konzept der U-Bahn ein, sondern eher auf das Eigenleben dieser einen Station und die Idee war, diese komplett mit lichtreflektierenden Materialien an der Oberfläche auszustatten, nach einer bestimmten Logik. Sie sehen hier die fünf Eingänge, rechts zwei, links drei, von denen führen lichtreflektierende Bänder über Boden, Wände, Decke in den Raum, brechen sich an der Geometrie und schaffen dann eine Raumsituation, die vielleicht eine Mischung aus geometrischem Versuch und Leitsystem ist. Hier sehen Sie das Bauwerk, wie es in der Erde sitzt und die Eingänge, man kann vielleicht erahnen, wo die Treppen und die Rolltreppen runterführen, dann auf die Verteilerebene in die Mitte führen und uns nach ganz unten leiten in den Stationsraum, hier wo es so leicht offen ist, wo dann später die Züge fahren werden und ein Blick in den Stationsraum, wo quasi die Wippe durch den Raum hindurch führt und es war so, dass während der Planungsphase sich herausgestellt hat, dass die Verwendung von lichtreflektierendem Material so im öffentlichen Raum nicht möglich ist, weil es nicht den Brandschutzbestimmungen entspricht, das heißt die Brandlast des Materials ist zu hoch, es gibt nur Material, was auf Kaltplastikbasis basiert oder auf Aluminiumbasis und hier kam die konkrete Fragestellung, wurde relevant, okay, wie kann ich jetzt eine Idee oder Arbeiten, Oberflächen, die experimentell prototypisch im künstlerischen Kontext entwickelt wurden, auch umsetzen in der Architektur. Hier nochmal ein Blick in die Verteilerebene, wo man vielleicht erahnen kann, wie das Zusammenspiel von den lichtreflektierenden Oberflächen und den Bändern ein ganz spezifisches Ganzes ergibt und hier ist im Prinzip Blink-Creed entstanden, es gibt zwei Blink-Creed, das ist eine Wortschöpfung aus zwei Begriffen, bling-bling, glitzernd funkeln, kommt aus dem Hip-Hop, aber auch in Frankreich gibt es mal einen Präsidenten, der hieß Präsident Blink-Bling und Concrete ist ihnen alles bekannt. Es gibt zwei Themenkomplexe, die wir bearbeitet haben, das eine ist tatsächlich die Matrix der Beton, wie dieser beschaffen sein muss. Hier die Grafik zeigt den Ultra-Hochleistungsbeton, den wir verwenden. Im oberen Bereich ist eigentlich, wenn Sie ein Werkstückbeton in der Hand haben, ist es eigentlich ein ganz kompaktes Werkstück und aber trotzdem ergibt sich im mikroskopischen Bereich, ergeben sich Hohlräume, die dafür verantwortlich, also die für die Festigkeit des Betons verantwortlich sind. Gibt man Partikel im nanoskaligen Bereich dazu, erhöht man diese Festigkeit bis in diese kleinste Maßstabsregion und erhöht so die Festigkeit im Beton und für uns war es wichtig, spezifische Rezepturen zu entwickeln, einerseits um den Verbund von dem Beton mit dem Glas sicherzustellen und andererseits aber auch um für spezifische Bauvorhaben jeweils spezifische Rezepturen zu verwenden. Der andere Themenkomplex ist die Lichtreflexion. Was ist das bei uns in unserem Projekt? Es ist die Retroreflexion, das heißt normalerweise reflektiert Licht, Licht reflektiert auf jeder Oberfläche, aber immer diffus und hier, was wir gemacht haben, ist kleine Mikroglaskugeln in die Oberfläche einzubetten, so dass der Lichtstrahl ganz gerichtet in die Kugel eindringt und wieder in Richtung der Lichtquelle zurückreflektiert wird. Also es funktioniert im Prinzip wie so ein kleines Prisma. Das passiert immer. Hier sieht man, die Grafik zeigt nochmal, wie das Licht zurückstrahlt, im Gegensatz zur diffusen Reflexion und das ist sozusagen unser Blinkfreed-Urmeter oder der erste Prototyp, den wir hergestellt haben. Was hier reflektiert ist kein Popcorn- oder Styroporkügelchen, sondern das sind die kleinen Glaskugeln, in denen sich im Prinzip der Blitz des Fotooperates widerspiegelt und das ist auch die erste Oberfläche, die wir erzeugt haben und hier sieht man ein weiteres Beispiel und vorne die Kugeln, wie sie im Material eingebettet sind und hinten, wie sich diese intensive Lichtreflexion einstellt. Und bei der Entwicklung von hier ist es ein enges Raster, im Gegensatz zum vorigen Bild, wo sich eine freie Streuung ergeben hat. Das benennen wir mit Surface-Layouts und für uns ist es eigentlich ganz wichtig, dass wir ein Prinzip für ein Material entwickeln, was dann sich ganz unterschiedliche Ausprägungen haben kann. Also das heißt, es gibt nicht ein Blinkfreed, sondern es gibt viele. Hier ein Formteil, bei dem die Kugeln nochmal im weiten Raster angeordnet sind. Betonfertigteil, was dann unter Lichtreflexion so ausschaut. Noch eine weitere Oberfläche, jetzt mit gefärbter Matrix, das ist eine grüne Matrix und auch die Kugeln sind hier selbst organisiert, an der Oberfläche angeordnet und die grüne Färbung erhalten sie durch den grün gefärbten Beton, also sind transparent. Das gleiche in Rot, auch selbstorganisierte Oberfläche, Schlangenhaut, die wir gerade verbauen. Hier sind große Sitzelemente, die im öffentlichen Raum aufgestellt werden. In zwei Wochen, in Berlin, an der TU. Und hier ein Bild von der Materialvision, das sind nochmal eine Zusammenstellung von unterschiedlichen Formteilen, die zeigt, dass wir in der Logik des Fertigteils arbeiten und andererseits, dass das nochmal die unterschiedlichen Farbigkeiten der Matrix zeigt und geometrischen Körper, die wir herstellen können und herstellen. Die Farbe spielt eine wichtige Rolle, wie eben schon erwähnt, einerseits die Farbigkeit der Matrix, andererseits kann man unterschiedlich farbiges Licht auf das Material richten und hier sieht man einen aktiven Zustand und genau, hier sieht man den aktiven Zustand des Materials mit in den unterschiedlichen Farbigkeiten. Blick in die Werkhalle von Hering. Willst du noch? Ja, also das ist ein wichtiger Punkt an diesem Projekt, das ist eben ein Blick in die Produktionshalle von unserem Industriepartner Heringbau. Die Entwicklung von Blinkreed ist ein sogenanntes ZIM-Projekt gewesen. ZIM steht für Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand. Das ist im Prinzip ein Förderprogramm der Bundesregierung, was getragen wird vom AIF, Allianz Industrie Forschung heißen die heute mittlerweile. Und im Kern steht hinter der ZIM-Förderung die Idee, dass eben auch kleine und mittelständische Unternehmen in der Lage sind, Forschung zu betreiben. Und sie erhalten dafür Fördergelder ein, eine Forschungsvariante sieht vor, die Kooperation mit einer Hochschuleinrichtung und das ist eben die Variante, die wir genutzt haben für die Entwicklung von Blinkreed, das heißt also, da wir sozusagen die Idee für das Material hatten, haben wir uns sozusagen umgekehrt, aber im Ergebnis ist es das gleiche, also wir haben uns Industriepartner gesucht, eben die Firma Heringbau, die sich auf Betonfertigteile spezialisiert hat und haben eben auf dieser Ebene innerhalb von zwei Jahren das Blinkreed als Produkt Fertigteilbauweise entwickelt. Und eine denkbare Anwendung neben der, die Sie schon gesehen haben, wäre eben zum Beispiel, dass es, was Sie hier sehen, ist eine Fertigteilplattform, also für einen Bahnsteig im Prinzip Fertigteil. Und wenn man sich jetzt vorstellen würde, dass jetzt die weißen Elemente oder der Estrich, den man da sieht, aus Blinkreed wäre, was er in diesem Fall noch nicht ist, dann hätten Sie eben eine Oberfläche, die eben im Zug auf sicherheitsrelevante Maßnahmen also eine Aussage treffen kann. Das heißt also, Sie können das Material gezielt einsetzen und darauf auf Gefahrenstellen zum Beispiel aufmerksam machen. Das sind jetzt eine Reihe von Beispielen, wie Blinkreed funktioniert, wie man es anwenden kann. Wichtig ist eben, dass man versteht, dass es eben sozusagen ein Material ist, das eben sozusagen latent da ist, das aber nicht um jeden Preis Aufmerksamkeit erregt, sondern die Funktionsweise von Blinkreed hängt eben ab von drei Faktoren, nämlich von der Oberfläche, die vorhanden sein muss, dann von dem installierten Licht, das aber auch Sonnenlicht sein kann und von mir selbst, also von meiner Bewegung durch den Raum. Und dann, wenn ich mich sozusagen bewege in Relation zum Licht, wenn ich mich der Lichtquelle näher, dann aktiviert sich das Material, der Retroreflexionseffekt wird sichtbar und schließlich sehr intensiv. Nochmal dargestellt ein Beispiel eines Leitsystems, um das Verständnis nochmal ein bisschen zu vertiefen. Also klassische Situation, sage ich mal, Architekt hat ein Haus gebaut, Sichtbetonanteil relativ hoch und freut sich, dass der Sichtbeton gut gelungen ist und es ist aber notwendig, alle möglichen Schilder aufzuhängen, also die Oberfläche sozusagen zu verunreinigen mit Informationen und Blinkgrid würde eben in dieser Situation erlauben, Informationen latent in der Oberfläche vorzuhalten und diese Information würde eben sichtbar werden, in dem Moment, wo ich mich durch den Raum bewege, das kann ich sozusagen als Architektplaner programmieren. An einer bestimmten Stelle mit dem Umgebungslicht kann ich dafür Sorge tragen, dass Information garantiert sichtbar ist. Als Nutzer in dem Gebäude kann ich mich dann entscheiden, wo ich hin will und bewege mich dann wieder weg von der Situation und die Information verschwindet wieder. Also so kann man sich vorstellen, funktioniert Blinkgrid, also kann man sich nur vorstellen, es funktioniert im Prinzip so. Abschließend noch ein Ausblick auf unser nächstes Forschungsprojekt, das wir auch gerade bewilligt bekommen haben, ein anderes ZIM-Projekt, das wir wiederum mit der Firma Herringbau umsetzen werden und mit der Firma Fabrino aus Memming, das ist ein Hersteller von Betonzuschlagstoffen und das Projekt heißt Magnetic Patterning of Concrete, sozusagen die nächste Stufe von Blinkgrid, wenn man so will, wo wir eben versuchen werden, eine Schalung herzustellen, die mit magnetischen Streufeldern operiert. Hintergrund ist eben die Überlegung oder die Frage, wie man eben große Felder von Partikeln eigentlich organisieren kann, mit welchen Mitteln das im Grunde möglich ist. Da haben wir erst so einfache Feldstudien sozusagen betrieben, also haben Wellenphänomene untersucht, Schallphänomene untersucht, dabei handelt es sich im Prinzip auch um, wenn man so will, das in Bewegung setzen und das Organisieren von Partikeln, also in diesem Fall von Luftmolekülen und ich kann eben, habe ein ganz einfaches System von, sagen wir mal, Effekt und, also Ursache und Wirkung, also wenn ich die Schallquelle in diesem Falle nur leicht manipuliere, dann erhalte ich gleich ein anderes Wellenbild, also ich kann sozusagen unterschiedliche Muster und Pattern generieren mit einem relativ geringen Aufwand. Da schließt jetzt wieder der Kreis zu dem, was wir eingangs gesagt haben, nämlich unsere Verbindung zur Experimentalphysik, wir haben halt überlegt, was wäre, wenn zum Beispiel unsere Glaskügelchen metallisch werden, also was könnten wir dann damit anfangen und haben kleinere Experimente gemacht und sind wiederum in Dialog geraten mit unseren Experimentalphysikern, also im Wesentlichen ist das Herr Erasmann von der Universität Kassel und Dieter Engel von der Universität Kassel und die haben uns dann erzählt, ja das machen wir ja auch, was ihr da macht und bei uns heißt es eben Magnetic Patterning und wir organisieren damit eben auf der Molekular- und auf der Nano-Ebene eben allerkleinste Teilchen. Was Sie hier sehen, ist eine Nano-Aufnahme von atomaren Teilchen im Prinzip, die über das Magnetfeld da unten, also dieses Array, was man da sieht, in Reihe und Glied gebracht werden. Das ist wieder ein Video, das jetzt laufen müsste und hier sehen Sie, und das zeigt Ihnen auf andere Weise eben, was passiert, also wiederum sind das hier also kleinste Nanopartikel, ein Magnetfeld wird sozusagen in Gang gesetzt, also der Magnet wird eingeschaltet und die Partikel organisieren sich eben auf eine spezifische Art und Weise von selbst mehr oder weniger und man könnte jetzt den Kreis schließen zu unserer Schlangenhaut, also die hat im Grunde ein ähnliches Erscheinungsbild und das sind für uns so Denkfiguren und Kreisläufe, die eben wichtig sind im Dialog mit den verschiedenen Expertisen in unserer Gruppe, die man kann ein Stück weit sagen, so versuchen wir Materialforschung zu betreiben. Hierzu unsere Arbeit mit Magnetfeld Patterning, haben wir jetzt eben einen Antrag gestellt, den wir auch bewilligt bekommen haben, haben Vorstudien gemacht, haben quasi auf der Simulationsebene Partikelstrukturen, Wolken untersucht und versucht zu lernen, wie sie sich verhalten, was sie so machen und haben das zum Teil schon ins Material zurückgebracht und sind jetzt eben dabei, das im größeren Maßstab weiter zu betreiben und sprechen jetzt eben nicht nur mehr von Glaskühlchen, sondern von Funktionspartikeln in Abhängigkeit zu einer Matrix, also Beton und möchten dieses Konstrukt benutzen, um eben Beton zu funktionalisieren. Das haben wir mit Blinkweed auch schon gemacht, also da kann man eben davon sprechen, dass wir dem Beton die Funktion Lichtreflexion sozusagen beigebracht haben und wir haben uns jetzt eben gefragt, was könnte Beton sonst noch können, wenn wir versuchen, die Oberfläche von Beton zu manipulieren und wenn wir sozusagen nicht nur Glaskühlchen an der Oberfläche anordnen, sondern eben auch, das letzte Video, auch noch andere Funktionspartikel, also an der Oberfläche anordnen mit Hilfe dieser magnetischen Schalung, so kann man das nennen. Hier müsste jetzt das allerletzte Video kommen. Das kann ich aber auch verbal noch erklären, also wichtig ist eben hier an diesem Projekt für uns die Logik, dass man sagt, also wir haben Funktionspartikel, das heißt mit dem Partikel selber definieren wir schon eine bestimmte Funktion voraus und das könnte eben sein, dass wir die Konduktivität an der Oberfläche von Beton erhöhen, um wieder den Zirkelschluss zu schlagen zu der Solarzelle, die wir gesehen haben, das könnte dann eben, der Beton könnte der Rückkontakt sein zum Beispiel oder dieses Beispiel von dem Water Radio, was Sie gesehen haben, das sind für uns eben, das sind wiederum diese spielerischen Konzepte, die versuchen wir jetzt eben zurückzuführen auf diese Ebene, von der ich jetzt spreche, um eben, das sind dann im Grunde die Szenarien, die wir vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr mal gemacht haben, die übersetzen wir jetzt in den Beton und hoffen, dass wir da eben in einem Jahr oder zwei Jahren den nächsten Vortrag halten können, der sich dann hoffentlich auch interessiert. Dankeschön.